Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und damit auch frohe Weihnachten an alle da draußen. Es gibt trotzdem heute noch ein kleines Update-Video und später wird es auch noch ein kleines Video geben. Aber nur noch so bis mittags und danach könnt ihr auf jeden Fall die Finger weg von den Charts lassen. Genießt lieber die Zeit mit euren Familien und deswegen machen wir das jetzt alles kurz und knapp. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren und in die kostenlose Talk- und Signalgruppe auf Telegram joinen. Gut, wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Wir hatten gestern noch ein paar PCE-Daten, das heißt Kernrate der Inflation, die ist genauso ausgefallen, wie es prognostiziert war. Also 4,7%, also auch hier keine großen Erwartungen. Wir hatten dann so ein bisschen Liquidations-Candles, wie wir das so schön nennen. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, das sieht man deutlich besser. Und zwar kurzer Peak nach oben in Richtung 16.970, zumindest auf Binance. Bei BingX waren nur 16.950 oder so, also die Short-Position von uns läuft noch. Die wurde nicht ausgestoppt und die Long-Position wurde auch nicht ausgestoppt, weil der Wig ging auch hier nur bis 16.650 US. Dann unsere Long-Position hat einen Stop-Loss von 16.600, also hier läuft weiterhin alles, es hat sich nichts geändert. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein, weil ich vermute, die Wigs werden jetzt über die Weihnachtsfeiertage noch schön gefüllt. Beziehungsweise kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns einfach hier eine große Range bilden, zwischen eben diesen 16.600 und eben diesen knapp 17.000 US-Dollar. Dass möglicherweise wenig Bewegung reinkommt, trotzdem für mich weiterhin eher so die Grenze, dass wir hier einfach nochmal hochgehen in Richtung 17.600 US-Dollar. Das ist einfach so die Marke mit dem Golden Pocket, wo ich dann auch für einen Short in Betracht ziehe. Das habe ich ja gestern auch in die Telegram-Gruppe gepostet. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, dass wir einen, ich glaube einen Entry bei 16.540 oder so, also vor dem Golden Pocket haben. Und ein Stop-Loss hier oben bei ungefähr 17.800 US-Dollar. Einfach um das Golden Pocket abzusichern, einfach um die Ineffizienz hier oben abzusichern. Und das sollte eigentlich ein sehr, sehr guter Short Entry werden, meines Erachtens nach. Ansonsten sehr, sehr viel Seitwärtsphase momentan, daran hat sich nichts geändert. Wir haben weiterhin zwei Vektoren, wo man ja sagen muss, der ungefähr bei 16.550 wurde, ist auf jeder Börse ein bisschen anders, wurde teilweise getriggert, bei manchen nicht und so. Also den mit einem Fragezeichen verzieren, aber wir haben immer noch einen bei 15.850. Trotzdem, Weihnachtsfeiertage kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eher seitwärts geht, beziehungsweise dann doch eher die Chance, dass wir nach oben in Richtung maximal 17.600 US-Dollar gehen. Deswegen auch die Short Order. Wie gesagt, Long läuft noch, Short läuft noch, also daran hat sich erstmal wenig geändert, darauf müssen wir jetzt erstmal nicht eingehen. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die größeren Time Frames, auf den Daily Chart, wie es da aussieht. Und auch hier eher Konsolidierungsphase, wenig Volumen, dass es dann wieder so ein bisschen was eher für sinkende Kurse spricht, weil wir jetzt erstmal so eine kleine Seitwärtsphase mit deutlich weniger Volumen haben. Aber trotzdem, Weihnachtsfeiertage wird sich meines Erachtens sehr, sehr wenig tun. Deswegen mit Vorsicht zu genießen und was wir jetzt auch nochmal ganz kurz machen können, ist einfach trotzdem nochmal auf den Traders Reality Indikator drauf blicken. Da habe ich auch nochmal ein Video gemacht, das ist mittlerweile online, also schaut euch das gerne an. Auch hier sehr, sehr wenig Bewegung und man sieht es hier schön, Vektor wurde 1 zu 1 auf jeden Fall gefüllt. Also sehr, sehr gut hier, haben wir ja gestern früh darüber noch gesprochen. Und ja, momentan über den Daily Open, also halten uns hier sehr, sehr gut. Wichtig könnte dann eher werden, meines Erachtens nach, am Sonntag, also morgen, morgen ist Sonntag, ja, morgen ist Sonntag, am Sonntag, wie sich dann die neue Psy-Range auseinandersetzt. Aber darüber sprechen wir dann morgen früh einfach nochmal ein bisschen ausführlicher. Es wird jetzt auch über die Feiertage natürlich ein Update-Video geben, das auf jeden Fall, aber wahrscheinlich keine zusätzlichen Videos. Da bitte ich einfach ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen, beziehungsweise ihr sollt ja auch nicht den ganzen Tag nur an den Charts hängen. Lieber die Zeit ein bisschen mit Familie und Freunden genießen. Gut, dann noch ganz kurz zu Ethereum, auch hier weiterhin alles so ein bisschen im Play. Hier hatten wir komischerweise, huch, ich muss den Indikator ausmachen, nicht diesen WIG, wie wir ihn bei Bitcoin hatten. Also Ethereum komplett zeitwärts, klar, wir hatten hier immer so ganz kurze, minimale Bewegungen, aber auch hier tut sich momentan überhaupt nichts. Hier würde ich mir sogar noch überlegen, noch ein kleines Setup in die Gruppe reinzuposten, je nachdem, ob wir hier nochmal ans Golden Pocket bei ungefähr 1200 US-Dollar kommen. Schaffen wir das, werde ich hier sehr, sehr wahrscheinlich doch nochmal eine zusätzliche Long machen. Ich weiß, wir sind schon seit 1153 Long. Trotzdem nochmal so eine kleine Position einfach aufzumachen, vielleicht über die Feiertage nochmal zusätzlich Profite zu generieren, wäre vielleicht jetzt nicht verkehrt. Deswegen wäre Wunsch-Szenario, wir gehen hier einfach nochmal ganz kurz runter in diesem Bereich um 1200 US-Dollar und dann zumindest das Ziel 1237 übergeordnet zwischen 1250 und 1270 US-Dollar. Weil da müsste ich glaube ich auch schon ein Setup in die Gruppe gepostet haben, wenn nicht, werde ich das auf jeden Fall noch machen. Take Profit und sowas, müssen wir dann alles anschauen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, gehen wir hier nochmal ins Golden Pocket, holen uns auch hier noch den Vektor, weil da ist er noch offen. Und Ethereum holt sich, das ist meines Erachtens immer ein bisschen eher als Bitcoin, was man so die letzten Wochen immer erfahren hat. Deswegen alles ein bisschen so mit Vorsicht zu genießen. Wir pumpen zwar jetzt minimal hier wieder, aber trotzdem. Ziel, eigentlich erst Golden Pocket und dann hier oben die Liquidität fischen und dann von mir aus nochmal komplett runter. Oder wir gehen erst hier hoch, fischen die Liquidität, gehen dann ins Golden Pocket und dann. Aber das müssen wir jetzt von Stunde oder von Candle zu Candle erstmal mal sehen, wie sich das weiter ausarbeitet. Ich vermute, wie gesagt, eher ein bisschen ruhigere Feiertage. Trotzdem auf jeden Fall im Blick behalten. Und ja, dann noch ganz kurz zu den News, bevor wir jetzt das Video beenden. Da haben wir es, Binance erwirbt Voyager Vermögenswerte. Ist ja jetzt auch bekannt geworden. Klar, kann man jetzt günstig einkaufen und so. Wollen aber sogar noch einen Teil der Anzahlung von 10 Millionen leisten. Voyager bestimmte Ausgaben bis zu 15 Millionen erstatten wird. Also, ja, Binance gibt weiter Gas. Aber trotzdem, Leute, immer noch die dringliche Warnung. Zieht euer Zeug von Binance einfach ab. Holt euch einen Ledger, holt euch eine Bitbox. Damit seid ihr auf der safen Seite. Und ja, und dann gibt es noch eine kleine Chartanalyse von Flow. Also, wenn ihr da vorbeischauen wollt, auch gerne durchlesen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Telegram-Gruppe. Gut, und dann war es das von mir. Wie gesagt, später kommt noch eins oder zwei Videos. Weiß ich noch nicht, was ich jetzt noch schaffe. Und wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch schöne Weihnachten mit eurer Familie. Habt einen schönen Abend. Verbringt die Zeit mit eurer Familie. Und packt schön Geschenke aus, wenn ihr es feiert. Und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.